Jetzt kommen wir langsam nach Schwarzenbeck ein. Absolut, rechte Seite. Linke Seite jetzt hinter den wischenden Reihenhäusern. Konnte man im Winter gut sehen und dann sind wir auch links gefahren. Wollten wir auch mal zeigen. Schwarzenbeck heute am 11.05.2019. Wir wollen nach Niedersachsen. Mal sehen, was das für Anrufe ist in Niedersachsen. Was uns das bietet. Aber erst mal hier durch. Vielleicht finden wir auch die Brücke in Richtung Südhausen. Mal hier. Blockbauweise, krainienmäßig. Schwarzenbeck. Heute ist der Samstag. Nach. Jetzt alle von der Struktur ausgeteilt. Mal sehen. Mal sehen. Wir werden erst mal für diese Brücke hier. Das sind immer noch in die Helme. Mit dem Wartel hier oder sonst was. Und ein paar Preise hat mir den ganzen Weg gekriegt und den Gehtum auch so gezeigt werden. Das ist so ein historisches Dokument, das ich eramtlich werde. Ja, die Klicke und die Klicke allerhand. So, das war geradeaus. Wir sind ja auch flexibel. Hier muss der Auffahrt gezeigt werden, was so groß ist. Hier gibt bestimmt noch mehr Möglichkeiten hinzukommen. Hier erstmal schön mit Rückenlicht. Toll. Das ist Schwarzenbeek. Auto-Händler hier. Car-Konzept. Das ändert sich nicht. Evo-Car. Kollo, Külzow. Ach, lassen wir da rumfahren. Genau. Kollo und Külzow. Da war auch nichts. Evo-Car-Konzept. hier sind wir auf der Kirche, linker Seite, katholisch Seit einiger Zeit haben sich die Kirchen getrennt Es gibt dann mittlerweile die katholische und die evangelische und so ein paar andere Und die haben die Brunnen dann alle nach Amerika gegangen So, das war hier Schwarzenbeck Das war jetzt einfach voll hoch Die nächste noch streben gerne Das wär's noch mal kurz und tschüss